Heute in Gotha ist es eine sehr schöne Stelle. Los geht's! Ich freue mich heute auf jeden Fall. Es ist eine sehr schöne Umgebung. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier mit diesem Team fahren können. Ich werde um meine Spitzenpositionen kämpfen. Attacke! Ich bin jetzt in der Junge-Jerse. Ich habe das nicht erwartet, als ich zum Rennen kam. Unsere Team wird versuchen, das zu retten. Und vielleicht machen es noch besser. let Oswald Oberstreich Der Abzusch Das war's für heute. Applaus